auch noch bambus hinter dem bambus feld das ist anscheinend kein übel jetzt hat doch früher dieses witzige schwarze wasser es macht keinen wittnis kein besuchen als übelkeit und ich dachte es wird es nie machen ich brauche so langsam essen ja ich habe nicht mehr so viel ein paar äpfel habe ich noch pilze aber danach sieht es auch ein bisschen mager bei mir aus zehn minuten noch ja ja kein stress mach keinen stress so ein stress der will was von mir danke das ist ja nett von dir mit dem fleisch damit komme ich erst mal paar jahre aus die kohle kann hier oben bleiben das eisen kommt hier rüber okay ja ne solar vikär was haben wir denn da hinten ach das sind ja die rotary spiele ich habe ich da bock zu es ist das mussten apatite apatite oder 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 die solarzelle brauche ich doch nicht alter schwede kriege ich aids bei den dinger ich kriege sogar aids bei dem shader die dazu noch die brille an wozu wenn er jetzt schon davon aids gekommen wieso noch die brille anziehen naja mit dem aids shader ach das ding hat ja unten keine energie ich habe die kombination eben schon gehabt dang ne ja das ist so kacke aber das ist doch trotzdem heftig dass ich immer noch so viel ffs damit habe warum kommt eigentlich immer diese scheiß server nachricht hast du dich nicht weiß er nicht weiß ichs kann wenn er etwas wieder nicht drauf hat faaack faaack wechseln wechseln sammel mal ein hier gib ihm Gib ihm, jawoll Was können wir denn hier aus diesen natural Lalalala Achso, da können wir Scheiß aus Steine machen Radius habe ich bei einem Shunk Loder 4 eingestellt Okay Magic Fertilizer Magic Fertilizer, ach du Scheiß, kostet doch noch ein Diamant Hat's wohl bei euch Magical Food Können wir überhaupt halten Magical Food hat's Ich hab ja jetzt Essen Dank einer Freundlichen Spende Soll ich angehe jetzt hier unten im Keller? Keine Ahnung Ich weiß es auch nicht Schön, weil man jeweils was machen wollte, ne? Ich kann sogar ganze zwei Bücherregale hinzufügen Yay Wow Achso, ich dachte wir machen einfach nur einen Zaubertisch einfach nur so, dass du eben ein, zwei Level machen kannst Sollst du ja nicht übertreiben jetzt? Passt Toni doch Keine lange weiter Okay Meinst du ja nur? Muss ja nicht so in Erwägung gezielt werden Nein, nein Gib dir erstmal Toni Doni Mono Jaa, Nussi Assistance 2 Immer wieder Gib mir die Spritze wieder Gib mir die Spritze wieder Jaa, so ist das, ne? Jaa, so ist das, ne? Gib mir einen kleinen Peniche Ey Toni, weißt du, was du denn auch jetzt kannst? Fliegen Na was? Ich glaube, das hat er noch gar nicht gepeilt Nee Na was? Fünf? Siehste, was ich jetzt kann? Eins, zwei, drei Was ich die ganze Zeit kann? Fliegen Ja, weil rat mal, was du jetzt kannst Fliegen Voller recht Wie? Weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie viel man mit Creative fliegen kann Koppel-Lehrtaste Leicht Ah Oh Jetzt kommen die anderen beiden Ärgern Hehehe Mh Eeeee Mh, das geht ganz einfach Du kennst ja den Befehl, ne, Black Ich weiß nicht, dass du es bekommst Kick Ja, ich, ich kann einfach Warte, ich glaube, Flash, gib ich das auch noch Aber Centus, ne, hab ich jetzt, also Krieg das nicht einfach Nur, weil ich es kann Generator Jaa Na jaa Ich brauch das auch nicht unbedingt Also, Nutzen hab ich jetzt nicht davon Geht er Geht er Nutzen Ist ja jetzt sowieso nicht raus Ja doch, ich hab einen Nutzen Alle haben es außer Centus Ja, du Aber ob ich es brauch Maus Alter, meine Maus Oh, meine Maus No, 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 no,no einmal so jetzt sagt mir mal dass wir bitte das haben klar bis zu haben 0 0 glas ist sechs eisen habe ich jetzt schon da kann ich auch noch zwei raus es wird sich viertel vor 43 ich habe ich habe abgerundet so ich will ja mein solarpanel fertig haben ich glaube wir müssen sowieso nicht oder so machen ja das war immer so nächstes zack mach mal ernsthaft 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 ist das teurer hier jetzt oder was oh ja scheißen teuer ach falsch bin ich blöd ja das bist du badbox 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 man kann keine lava mehr das mei jobi 3 3 oh die zindersen badbox badbox what you gonna do what you gonna do what i want for you mhm ne naja tony du brauchst du schon mal nicht bücher ne ja guck mal über den ink mixer so um die chest rein zack ah daneben links neben mir nono 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 die einzelchests sind hier unter lau어 Noon nummer 3 oh dos es ist gut 3 habe ich ne robber Standaus gibt die spritze Standaus ist jemand zufällig eine endeperle software ääääääää moment nein äääää nein Ok So, 1-2 Minuten noch Du sag! Gib mal die Spritze Oh Oh, hier gar nicht mehr, oh Zuck, 1-2-3, 1-2-3 Die Spritze tu ich Warten, ah ja, stimmt Zuck Soll ich es nehmen, oder was? 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 Nein Nein Ich schau nochmal Ne Shit Weil das ist komisch, dass wir so wenig Mops spawnen Ne, ich weiß Ne, dann hat wenigstens, das fällt auch mal einen Junkle, oder? Achso Weil dann es reicht ja irgendwie nicht Ja Ne Hmmmm Hmmmm Ernst Oh, Alter! Ich werde erschrocken So Das Fliegen? Hm Ok, danke Merci Merci Sehr nett von dir Ich beerd' dich bald wieder, Doc Hehehe Hehehe So 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 Reihen haben wir jetzt so'n Zuckerröschte Oh nein, AIDS Oh, kotzt mich einfach an Ich krieg hier einen Rappel mit dem Scheißerzeugen Ich krieg hier einen Rappel mit dem Scheißerzeugen Ich krieg hier einen Rappel mit dem Scheißerzeugen Also 12... 12 x 9 rein Alles klar, der Verzauberungsraum ist fertig Ja Nice Auch voll ausgebaut unser Hehehe Ich kippe Yay So, wo muss das hinzeigen, damit ich Energie rausbekomme? Der Punkt zum Gerät oder nicht? Einmal's rum Bad Box Bad Box Bad Box, Bad Box, what's the gun at her? Der Punkt, jaja Der grüne Punkt Der grüne Punkt ist Output, ne? Ja, das ist ein Output Ja Ich kann den nämlich gleichzeitig, wenn aufladen Hmm Was wird's denn los? Ich bin gar nicht mehr bei dir Achso Bin schon wieder weg Was ist das eigentlich? Essenz Seeds Wieso hab ich Essenz Seeds? Weiß ich nicht Boah Ich hab Glück gehabt, gott und könnte man Hab ich die grad mit der Spitze gehabt gebaut Alter, wann macht die Robbe da? Hehehe Der hat da ne, der hat da nen Walross hingestellt Jo Hatte Lenny vorhin hingestellt Nein, gib her, gib her, gib her, gib her Was? Ich töte dich, ich töte dich Ich töte dich Du bist frei! Du bist frei Hehehe Toll, wir haben wieder keine Woppa Ja, aber noch ein bisschen Hier fliegt schon die ganze Zeit so ne hässige Fledermausbau in so nem Baum Hehehe Und tot Sie geht bis Die hat Eisen fallen lassen Eisenflint, ähm Sand und Cleanstone Robben die meistens Ja, aber ähm Hehehe 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 Wir sind Ja, wir machen ja auch eine Ja, wir machen ja auch eine Ja Mach das Wollen wir beenden? Hm, ne warte, der tut grad eben das Programm noch da drauf Ja und? Ist mir noch egal Sei ein netter Mensch Das ist Centus, was erwartest du? Boah ey, der Shader, ne? Der kann noch sein 8 Shader da ein bisschen rumfummeln Weeeee Die gehen an sich rum Na, fick dich Ah, dann mach ich Guck mal, war die Wieso ist denn da Blut drin? In der Smartery Ja Oh, WTF ist da Bring Spaß, ne? Zieh mal einer WTF-Film runter Nö Hi WTF Hey du Faggot, wir wollten grad bänden Zef, guck mal runter Komm hier hin zum Bau Ja, jetzt sind wir, jetzt können wir auch 10 Minuten noch durchmachen Jetzt haben wir sowieso 5 Minuten durchschritten Guck mal, Black Hallo, ich seh dich Ja, meine Festplatte ist auch gleich voll Ich seh dich, Black, hallo Hehehe Verpiss dich Sollst dir keinen von der Raube in der Blase lassen Echt Oh, schlack Okay Hehehe Du sollst dir auch nicht Auch nicht von hinten nehmen Warum nicht? Warum? Warum? Ist das echt weg, Tony, jetzt, oder was? Nö Na? Also, ich bin noch im Test, aber jetzt, ne Du kopierst das hier rein? Ich kann Ich darf nur zeigen, wie ich ehrlich bin Du bist so behindert, ne? Du dumm Nicht mehr heute, Damen und Herren Machen 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 Was heißt Black Nö. Doch. Nein. Doch. Ich mach mir einfach ein Feld, oder zwei, drei, dann mach ich Turtles dahin, und dann soll er machen. Turtles, ich... Ich liebe meine Turtles, auch wenn's teuer ist. So. Man versteht dich gar nicht, aber naja. Nö. Okay, morgens, dann will ich mein Mikrofon achten, wir haben einen Meter weg. Bin ich jetzt besser? Ja. Ja. Weil dir ein Baum halb gefällt, und oben schwebt die Krone. Echt. Oh, WTF ist da! Du merkst das jetzt erst. Du bist so behindert, ne? Fell, du Gollum, ey. Ey, Toni, Toni, Toni. Ja? Wer wird sechs Wochenferien? Ey, Toni. Aber warte mal, ich hab grad Musik irgendwie, kann ich mal ein bisschen dauern. Guck mal, ich bin da. Aber was? WTF, guck mal zum Baum. Was hast du gesagt? Zander, du siehst aus. Was? Das ist nämlich geil, ne? Wie weit bist du? Was ist ferien, ne? Ich bin schon mal gefällt, ja, eigentlich warte ich nur. Ich bin auch fertig. Ja gut, dann wollen wir sagen, bis zum nächsten Mal beim Minecraft-Team. Ciao, ciao! Tschüss! Tschüss! Was? Warte, warte. Ich muss noch Rommel verabschieden. Tschüss! 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 Tschüss!